Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Bennerath. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 46 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 690 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017